Hallo Endzeit-Freunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Fallout 4 und wir sind immer noch als Silver Shroud unterwegs, glaube ich zumindest. Ne, sind wir gar nicht. Wieso denn das nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Wieso? Egal. Wir gehen erstmal so weiter, denn wir haben einen weiten Weg vor uns und ich muss grad mal kurz mich orientieren. Ich guck mal kurz auf die Karte hier. Wir müssen ja nach da. Da würde ich fast sagen, wenn man dieser Karte hier trauen kann. Ich möchte eigentlich da nicht lang. Wir versuchen es mal hier lang. Denn da hinten knallt es gewaltig. Kurz mal ein bisschen ausrüsten hier. So, hier sind wir wieder am Buchladen. Da hinten rennt jemand rum. Wer auch immer. Ähm. Das hat sich sehr nah angehört. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Aaaaaaah. So. Den haben wir erledigt. Ich würde sagen, den gehen wir mal kurz hin. Greif einfach zu. Genau, genau. Splittergranate. So, aber da gehen wir nicht weiter. Wir gehen... Oder? Oh, 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 oh. Was bist du denn für einer? Bleib doch mal... Bleib doch mal still. So, den haben wir erledigt. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Naja, ich weiß, dass du das weißt. Äh. Ja, ja. An sich. So sollten wir hier weitergehen. Und das war's. Bist du tot? Aber das war nicht der letzte. Warte mal, ich hatte den nicht gelootet hier, ne? Oder doch? Ach, ne, den hatten wir ja da hinten erschossen. Hey Market Einkaufszentrum. Ich glaub, da sollten wir auch mal was holen. So, aber wir sollten andere Waffe wählen, weil... Da haben wir nicht viel Munition für. War'n wir hier nicht schon mal? Ah, schon wieder ne Scheiße. Na, super. Ja, ganz geil. Es lief grad eigentlich richtig gut. Es lief richtig gut. Und, äh... Wo sind wir denn jetzt? Wo ist ein, ähm... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir sind. Ich glaub, wir sind wieder am Anfang. Na, verdammte Kacke hier. Hier sind wir lang, ne? Na, so ne Scheiße. Wir sind wieder voll am Anfang. Äh... Okay. Dann, äh... Nochmal. Äh... Falsche Waffe. Okay, dann warten wir jetzt mal, bis der wieder auftaucht hier. Na, so ne... Ah, Kacke, ey. Jetzt kommt hier keiner. Na, hat sich grad was bewegt. Hab' ich gesehen. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werd' dich finden. Das ist auch so'n Ding. Wieso wissen die, dass wir hier sind? Das ist... Die sind da hinten da. 200 Meter entfernen. Mindestens. Komm, ich hab' keine Geduld hier. Den hat's erwischt. Aber da war noch einer. Na los, Kollegen. Na gut, dann, äh... Da. Der kommt bestimmt jetzt hier angewetzt. Mensch, Piper! Nix zu sehen. Daneben, daneben. Was war das? Boah, das lief so gut beim ersten Mal. Bis der diese scheiß Granate geworfen hat, der Idiot. Die sind voll weg. Ja, von wegen. Kannst du nicht. Okay, jetzt zwei haben wir. Boah, das ärgert mich total, dass das beim ersten... Was solltest du auch haben? Nein. Leck mich am Arsch. Boah, das läuft ja gerade alles andere als, äh, wunderprächtig. Äh, also noch mal. Wo kam denn dieser abgefuckte Supermutant her? So, das Ganze noch mal. Boah, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Wenn die nicht stehen bleiben, das kannst du vergessen. Auf die Entfernung. Boah, verfickte Feiglinge verstecken, sehe ich. Ah, leck mich am Arsch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir anerwischt haben. Ich bin mir das Gefühl, dass da auch noch was ist. Boah, jetzt... Ich will jetzt hier nicht wieder stundenlang rumstehen. Ah. Scheiße. Zwei haben wir. Da unten. Oh, Piper hat ihn erledigt. Fuck. Na, super. Komm wieder vor, du Arschkrampe. Ne, da. Glaub, wir haben ihn erwischt. Oder? Ne. Bin mir sicher, dass der noch lebt. Oder die. Können wir nicht hier oben rumgehen? So, jetzt, äh, wollen wir mal eben, äh... Ja, okay, jetzt hat er automatisch gespeichert. Das ist auch gut. Kann ja auch mit leben. Greif einfach zu. Mach ich, mach ich. Äh, lass mal... Hier, da hinten ist das Ding. Und dann wählen wir mal das Kampfgewehr. Ne, warte mal. Ich hatte doch hier schon eins verbessert. Sehr schön. Ach, ich will noch mal schnell speichern. So, jetzt kann's weitergehen. Hier müssten noch welche sein, denn wir haben bisher nur... Ich glaub, drei Stück aus dem Gefecht gesetzt. Das waren vorhin mehr. Okay, hier scheint aber keiner mehr zu sein. Gehäusch. Außer ein... Heute kein Kampf. Ein Supermutant, der sich sehr nah angehört hat. Den ich aber nicht sehe. Da. Da. Vielleicht kommt er wieder vor. Oder auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Wobei... Sollte mal gucken, ob wir hier nicht irgendwas einsammeln können. Nein. Alter. Diese Drecksgranaten. Was soll das noch gewesen sein, glaub ich? Hier, da hätten wir drauf feuern können. Alter Schwede. Arschloch. 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 Mir ist doch gar nicht erst so weit gekommen. So, das war's. Wow, das ist richtig fett da oben. Und ich hab jetzt gerade das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Oder doch? Sehr gut. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Entschuldigung? Untertitelung des ZDF, 2020 Vorsichtig um die Ecke luchsen Das dürfte ungemütlich sein, na? Aber wir müssen eh hier weiter So, ich gucke nochmal auf die Karte Ich würde sagen, wir probieren Hier lang zu gehen, mal gucken Na, ich glaube, das ist nicht so prickelnd Man, ist so ein Krach? Nee, das ist keine gute Idee hier lang Die können ja hier überall sitzen, ey Das ist krass Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich möchte durchs Fenster durch Geht nicht Alter Dachte jetzt schon, jetzt hänge ich hier, ey Okay, weiter geht's Wir müssen da rüber Ja, mir auch grad Weil da ein Mr. Handy ist Ach du Scheiße Hier waren wir schon mal Flitze, Flitze Ich erinnere mich Hier waren wir schon mal Und zwar in der Folge, wo wir uns hier so Schön verlaufen haben Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg jetzt Silver Shroud Radio Signal verloren Ja, egal Haben wir das Radio noch an? Nee Ist sehr rucklig gerade Das Spiel Das ist aber ziemlich heftig Nun gut, es ist nicht mehr weit Bis zum ersten Ziel Wo genau ist das? Ich bin so froh, dass ihr alle kommen konntet Und Leute Wir haben hier das beste Kauspielzeug überhaupt Silver Shroud Okay, wir ziehen mal eben Unsere Kleidung an Unsere Silver Shroud Kleidung Äh, so Okay, die scheinen uns schon Äh, zu erwarten Ähm, ich wollte eben noch mal Die silberne Maschinenpistole auswählen Und Schnell speichern Ja, und dann gehen wir da mal hin Na, Kollegen Hi Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist Das war aber nicht nett Mr. Shroud Meine Freunde mit deinen Visitenkarten So nervös zu machen Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen Was schon Findet sie und tötet sie Okay Okay Ja, muss doch noch sein Hey Jetzt bin ich doch noch verkrüppelt Wie kann das hin? Das war es immer noch nicht Glaube ich Oder doch Ich glaube, das war es Ich glaube, hier Er war der Letzte Der ist verbrannt hier Das gehört jetzt uns Mit Leuchtvisier Jagdgewehr Na, nehmen wir mal mit Rest lassen wir da So Schrotpatronen Molly Das reicht Leuchtbauch Na, ne Würde ich nicht haben Okay Die Tussi Müssen wir da wieder eine Visitenkarte hinterlassen Das ist Smiling Kate Ja Kurzes Kampfgewehr Kampfrüstung Die haben wir schon So Das erledigt Wobei Ich hätte gerne noch eine zweite Kampfrüstung Denn wir können ja auch einen Begleiter Dann mal entsprechend ausstatten Okay Ja Das war Nummer 1 Dann schauen wir mal auf die Karte Da müssen wir als nächstes hin Was haben wir da? Die AADTSL Das Ja Regionalbüro Warte mal Da sollten wir hin Jetzt fällt mir das ein Da sollen wir hin Das heißt Ich möchte da auf jeden Fall dran vorbeigehen Wir werden nicht reingehen Wegen Weil wir da bestimmt sehr sehr viel finden werden Wo müssen wir lang? Ja, das müsste so gehen, ne Wenn wir hier lang gehen Aber es sieht schon wieder aus wie so ein Das ist glaube ich alles gut Das ist Piper Okay, wo ist dieses Büro? Wo ist der Eingang? Das da scheint es zu sein Wir sollten vielleicht nicht zu nah dran Ja, ja Ich seh's schon Aber wir brauchen den Punkt Ah, mein Ich hab gedacht Man kann's ja mal probieren Aber Okay, wir müssen ran Warte mal Schnell speichern Ja, jetzt haben wir's Und jetzt können wir uns hier dran vorbeischleichen So, jetzt gehen wir Ähm Hast du Pech gehabt Du dummes Vieh Okay Okay, und jetzt gucken wir Dass wir zu dem Nächsten Punkt kommen Dazu guck ich aber erst mal auf die Karte Wo wir am besten lang gehen können Hm Ja, wir gehen einfach mal hier geradeaus weiter Äh Das sieht mir nach Supermutanten aus Ja, du dumme Nuss aber auch Alter, geht die mir auf den Keks Okay Okay, wir hatten inzwischen Zeit hier auch noch ein Level ab Planke brauchen wir nicht Das waren mit Sicherheit noch nicht alle Können wir den hier nicht looten? So? Ne Müssen wir hier durch Ja Wir müssen da lang Aber wir müssen hier durch Oh, hier ist irgendwie verseucht Okay Okay, vielleicht nochmal speichern Mass Chemical Boah, Piper Lauf mal nicht mal vor die Füße Okay, wir sind nah dran auf jeden Fall Also, hier ist es Okay, kommen wir hier hoch? Ja. Äh, das sind, äh, diese Red-Hirsche. Wir versuchen mal wegzubleiben von denen. Eigentlich sollten die uns nur angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Die ist, kommen wir ein bisschen zu nahe jetzt hier. Das war's dann wohl für dich. Ja, hör ab. Na doch, ich möchte ihn looten hier. Was soll denn das? Hallo? Alter. Ja, Piper, du musst da jetzt nicht hinterherlaufen. Mal Waffe wegpacken, dann sollte die das auch machen, oder? Oder auch nicht. Hm, egal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich, ich glaube, die sind weg. Ich weiß, dass ich was gesehen habe. Ja, jetzt haben wir ja noch andere Probleme. Was denn? Deswegen beende ich die Folge an dieser Stelle mal. Und bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier... Ich weiß gar nicht, wem müssen wir denn da jetzt noch? Das war dieser North Sea, ne? Genau. Haben wir fast direkt vor der Nase. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für's Einschalten und bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020